Ein ganz herzliches Hallo zu dir zur Vollmondenergie vom 8.04.2020. Ich freue mich, dich hier heute begrüßen zu dürfen und ich möchte gerne mit den Karten in die Energie des Vollmondes hineinschauen. Mein Name ist die Ruth Sabine Haller von lebensradweg.de und ich habe die Karten hier vorbereitet. Ich habe diesmal noch keine vorher gezogen. Ich möchte die hier heute gerne direkt ziehen, direkt auswählen. Es ist eine besondere Zeit und der Vollmond bringt eben, ja, oder anders ausgedrückt, der Vollmond lässt eben dort sein Licht hinscheinen, was bisher im Dunkeln lag. Ja, und es sind Seelenqualitäten, die sich da zeigen, vielleicht sogar auch alte Ängste, alte Muster, die du jetzt im Licht des Vollmondes für dich ganz neu betrachten darfst. Und ich werde jetzt hier drei Karten für dich ziehen und mit dem Tarot lege ich dann nochmal Erklärungen oder speziell auf die menschliche Ebene, wie dann diese Energieschwingung sich zeigen möchte. So, Liberation, du kannst es hier schon lesen, Befreiung. You are free, let go of limitations, emancapitate your spirit, clear your mind of burdens, you are hold in grace. Du bist frei, Grenzen überwinden, emanzipiere deinen Geist, räume deinen Geist von Belastungen auf, du bist in Gnade gehalten. Dieser Vollmond, ja, lädt dich dazu ein, dich wirklich an deine Seele, an deinen Geist, an Gott zu übergeben. Die Taube steht für mich ganz klar auch für den Heiligen Geist, für deine Verbindung zu Gott, für dein dich nach innen wenden, um in dir zu schauen, wie deine Verbindung mit deiner Seele ist. Es geht darum, ganz bei dir anzukommen, es geht aber auch darum, wirklich diese Geschichten, die du dir teilweise erzählst oder vom Außen erzählen lässt, zu durchschauen. Es geht darum, deinen Geist zu befreien und wirklich hinter die Schleier zu schauen und hinter die Schleier schauen kannst du nur, wenn du deine Augen geschlossen hast, wenn du dich in dir vielleicht nackt und verletzlich fühlst, wenn du in dir spürst. Du brauchst diese Verkleidungen, diese Masken nicht mehr, wenn du spürst, dass dich deine innere Weisheit hier leitet, dir den Rücken stärkt, dass du wirklich vertrauen kannst auf dich. Das mag sich an manchen Stellen wirklich sehr empfindlich anhören oder anfühlen. Denn es mag sich auch zum Teil verletzlich anfühlen, dass du dich, wenn du all diese Masken und Schleier ablegst, verletzlich machst. Und genau da liegt aber deine Stärke verborgen. Ganz spannend finde ich, dass hier dieser obere Teil des Kopfes und auch die Augen nicht mit auf dem Bild sind. Es geht um dein Körpergefühl, um deine sensitive Wahrnehmung, um deine Intuition, um dein Spüren mit deinem Körper. Dein Körper wird dir genau sagen, was für dich gut ist und was für dich nicht so gut ist, damit du erstmal für dich bei dir zu Hause üben kannst, in dir und da spüren kannst, wo trage ich Schleier, wo trage ich Masken, wo verhülle ich Aspekte von mir, um dich dann wieder deiner Seele anzuvertrauen, um diese Masken zu erkennen und aufzulösen. Und Intimität ist die dritte Karte, diese Verbindung von männlichen und weiblichen Kraft in dir, diese quasi heilige Hochzeit auch in dir. Dass dieses Geben und Empfangen, dieses Tun und dieses Sein im Ausgleich sind. Dass du wirklich dir auch die Zeit nimmst, in dir zu spüren, wann falle ich ins Tun, wo darf ich sein, wo bin ich zu sehr zurückgezogen und wo darf ich jetzt den nächsten Schritt gehen. Es geht um diese Ausgewogenheit innerlich, von Stille und Aktion, von Aktion, Reaktion, einfach für dich da immer wieder hin zu spüren. Dieser Same, der jetzt hier in dir gelegt wird, der möchte wachsen und möchte sich entfalten. Ich möchte jetzt gerne noch mit den Tarotkarten einige Aspekte oder überhaupt diesen Aspekt dazu anschauen, wie sich das im physischen Leben zeigt. Da kommt schon direkt die Drei der Schwerter. Das kann sich hier, jetzt bezogen eben auch auf diese Karte, um eine alte Herzensverletzung handeln. Es kann sich um einen alten Herzensbruch handeln, den du jetzt vielleicht mit ganz neuen Augen betrachtest, wo du jetzt dich deiner höheren Führung anvertrauen kannst, um diese alte Verletzung zu heilen in dir. Je mehr du in dir heilst von diesen alten Verletzungen oder auch diesen alten Gedankenmustern, die du vielleicht dazu in dir abgespeichert hast, umso klarer kann deine Seele mit dir kommunizieren. Die sind gerade runtergefallen und kann mit dir dann neue Wege gehen. Es geht wirklich darum, auch ein Stück weit aus deinem bisherigen Leben jetzt herauszutreten. Du hast hier die Möglichkeit und du siehst das auch schon, in welche Richtung sich das entwickeln kann. Es geht um deine Seelenentfaltung. Es geht darum, dass du diese neuen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben können, jetzt auch wahrnimmst. Und um bei dieser Herzensverletzung zu bleiben, es kann durchaus sein, dass hier nochmal jemand aus der Vergangenheit bei dir auftaucht, der diese alte Wunde triggert, du aber schon wirklich in diese neue Richtung blickst, in diese innere Verbundenheit auch mit dir. Und dass du das Rad des Schicksals hier ganz neu anstößt, dass sich ganz neue Möglichkeiten dann für dich zeigen, für dich greifen auch. Du weißt, es geht in dieser Form nicht mehr weiter. Du kannst dieses Hin und Her und diese schmerzhaften Gefühle hier in dir nicht länger ertragen. Du weißt, du wirst sie loslassen. Und du hast auch hier schon die Richtung, in die du gehen möchtest. Du möchtest ganz und gar deiner Seele vertrauen. Und dadurch wird sich eben auch das Rad des Schicksals neu in Bewegung setzen. Es war, als wenn du diese Lektion gebraucht hast, um jetzt hier und heute für dich da in diese heilige innere Verbindung zu gehen, um dann aus dir heraus ganz neues Leben zu schöpfen. So, ich würde gerne jetzt noch eine Karte zum Abschluss haben. Schauen wir mal, ob die auch von alleine kommt oder ob ich die ziehen darf. Nein, zwei sogar. Ich möchte nämlich wissen, wohin dieses Rad des Schicksals sich dreht. Du wirst in der Lage sein, neue Entscheidungen zu treffen, aber nicht mehr so hart wie dieser König der Schwerter. Du wirst aus dir heraus die Werkzeuge nutzen, die du auf deinem Tisch liegen hast. Du wirst aus dir heraus in diesem goldenen Licht agieren. Und diese einstige Härte und diese spitze Zunge, dieses den Willen durchsetzen und, 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 das wirst du hinter dir lassen. Du wirst mit dem Magier in dir ganz neue Wege gehen. All das, was jetzt in dem Vollmond ans Licht kommt, ist, dass du dich hier selbst erkennst, dass du für dich spürst, es ist Zeit, aus diesen alten Mustern herauszugehen. Es ist Zeit, ja, in einen neuen Morgen hineinzugehen. Doch um diesen Weg, er steht ja jetzt hier auch noch, wirklich gehen zu können, damit dieses Rad sich in Bewegung setzen kann, musst du diese alten, oder darfst du diese alten Wunden in dir heilen. Dann bewegt sich das Rad des Schicksals weiter und du wirst hier als Magier, als Magierin in dir, mit dir, mit deiner Seele verbunden, wirklich diesen nächsten Schritt gehen können. Du wirst auf deine Intuition vertrauen, auf dein inneres Gleichgewicht. Und dann kann sich irgendwann auch diese innere Verbindung im Außen zeigen, sich im Außen manifestieren. Es wird alles auf ein neues Level gehoben. Und je mehr du in dir deine Hausaufgaben machst, sprich diese alten Wunden heilst und erlöst, umso kraftvoller kannst du diesen ersten neuen Schritt gehen, um dann ganz klar, ich habe auch hier auf der Unterseite, diesen Weg in eine neue Zukunft. In eine neue Kraft in dir. Nutze diese Zeit des Vollmonds, nutze dieses Licht, diese Energie, die sich damit entfaltet und erlaube dir wirklich in, deine Tiefe zu schauen, nach innen zu gehen und dich deiner Seele anzuvertrauen. Dann kannst du diese alten Muster, diese alten Geschichten ablegen. Du kannst das in dir heilen. Und letztendlich wird es gleichgültig, wie das Außen auf dich reagiert, weil du weißt, wohin dein Weg dich führt. In diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen einen kraftvollen, befreienden, loslassenden Vollmond, dass du für dich in dir das Licht erkennst und deiner Seele vertraust und folgen kannst.